Sophia Karassawas, Christine Burger, Lydia Schuth Stück für Stück ins Glück Folge 5 27. September 2013 Am späten Abend in einer Kölner Hotelbar Lou zupfte an ihrer Kurzhaarperücke. Ihr ganzer Körper juckte und zwickte. Die Nylonstrümpfe mit den Strapsen wollte sie sich am liebsten von den Beinen reißen. Der BH stach ihr zwischen den Busen, der Lippenstift schmeckte widerlich, die Haut unter der Make-up-Schicht schwitzte und zu allem Überfluss rutschte die Perücke ihr ständig über das rechte Ohr. Auch wenn sie mit dieser Frisur, wie Kate behauptet hatte, angeblich endlich mal sexy und erwachsen aussah. Lou war genervt von diesem Kurzhaarttrend, bei dem auch Julia neuerdings mitmachte. Nichts und niemand würde Lou jemals davon überzeugen können, sich ihre Haare abzuschneiden. Sie waren ein Teil von ihr und Lou hätte sich am liebsten die Perücke vom Kopf gezogen und diesem ganzen Wahnsinn damit ein Ende bereitet. Doch da fingen sie Kates Blick auf. Streng und entschieden starrten deren blaue Augen sie an. Kate sah einfach fantastisch aus, sogar als Callgirl. Ihr schlanker Körper steckte in Strapsen, die unter dem Leder-Mini hervorlugten. Selbstbewusst stand Kate auf ihren hochhackigen Stiefeln, die bis über ihre Knie ragten. Lou konnte auf ihren High-Heels gerade mal so ihr Gleichgewicht halten. Kate war für diesen Job scheinbar geboren. Lou verbesserte sich eilig. Natürlich war keine Frau für einen frauenverachtenden Job wie diesen geboren. Aber wenn man, beziehungsweise Frau, sich vornehmen wollen würde, Männer professionell in den Wahnsinn zu treiben, dann hätte Kate bestimmt die richtigen Voraussetzungen dafür. Lou fummelte sich den Tanga aus der Porritze. Emanzipation hin oder her, was würde sie darum geben, Kates Geheimnis zu kennen? Kate sah Lou an, als würde sie genau wissen, dass Lou kurz davor war, abzuhauen. Sie nickte strafend Richtung Dani. Ja, schon gut. Schließlich hatte Lou darauf bestanden, die Nummer auch wirklich durchzuziehen. Da würde sie jetzt doch nicht kneifen. Denn was, wenn dieser Abend als Callgirl der letzte Wunsch war, den sie Dani erfüllen konnten? Lou hielt die Tränen zurück. Dani hatte gedroht, ihr diese künstlichen Klebewimpern anzutackern, wenn sie noch ein einziges Mal zu heulen anfing. Aber trotzdem. Krebs. Dani. Diese beiden Worte hätte sie nie zusammengebracht. Und jetzt schwebte das Wort Krebs über Dannis Haupt, als wäre es ein Luftballon, der sie irgendwann davontragen würde. Also gut. Für Dani würde Lou sich zusammenreißen und das Nuttigste aus sich herausholen. Lou sah an sich runter. Die High Heels waren ein bisschen zu groß. Allerdings betonten die Strapse ihre schlanken Beine. Und das enge, durchsichtige Top, unter dem der schwarze Spitzen-BH zu sehen war, ließ eine Ahnung auf ihren durchtrainierten Oberkörper zu. Lou musste zugeben, dass sie erstaunt gewesen war über die Verwandlung, die ihre Brüste in diesem Spitzenteil gemacht hatten. Sie hatte sich bestimmt zehn Minuten lang im Spiegel betrachtet. Ihr war nie der Gedanke gekommen, sich wie andere Frauen auf Matzes Liege zu legen und sich verschönern zu lassen. Beim Anblick ihres Busens war Lou aber das erste Mal klar geworden, dass sie das auch gar nicht nötig hatte. Wenn Matze sie in diesen Klamotten gesehen hätte, dann hätte er nicht gelacht. Ganz bestimmt nicht. Zur gleichen Zeit ein paar Meter weiter am Tresen der Hotelbar. Dani sah sich um. Die Auswahl an abschleppbaren Männern war eher dürftig, um nicht zu sagen, nicht vorhanden. Der gutaussehende Dandy, der sich zwei Barhocker von Lou entfernt sein Bier reinschraubte, wirkte wie das Klischee eines schwulen Traums. Hatte der sich in der Adresse geirrt? Dani fand, dass er ganz nett aussah. Sie überlegte kurz, ob sie ihn über seinen Irrtum aufklären sollte, entschied sich aber dagegen. Keine Zeit verschwinden. Schließlich hatte sie einen Auftrag zu erfüllen. Sie sah zu Lou herüber, die unruhig an ihrer Perücke herumzuppelte. Ein deutliches Zeichen für ihre Nervosität. Die kurzen Haare standen ihr aber gar nicht so schlecht. Genau wie dieses nuttige Outfit. Wer hätte das gedacht? Dani war sicher, dass sie ihre beste Freundin so niemals auf der Straße erkannt hätte. Obwohl, dieser verschüchterte Rehblick, der gehörte eindeutig zu Lou und nicht zu einer Prostituierten, die in Hotelbars Typen abschleppte. Kathi wirkte da schon überzeugender, wie sie mit halb geschlossenen Liedern Männer abcheckte und dabei heißkalten Sexappeal verströmte. Respekt! Den sie möglicherweise auch den anwesenden Männern einjagte. Was wiederum genauso schlecht fürs Geschäft war, wie Lous Klein-Mädchen-Charme. Oder waren Dominas und Bambis das, worauf die Männer in einer Hotelbar aus waren? Dani musste sich eingestehen, dass sie keine Ahnung von den geheimen Spielregeln der Prostitution hatte. Auch wenn sie längst nicht so unbedarft war, wie Lou und vor allem Kathi dachten. Dani hatte durchaus ihre Erfahrungen mit unverbindlichem Sex. Das letzte Mal war noch gar nicht so lange her. Irgendwann diesen Sommer hatte sie sich von einer Gruppe Biker überreden lassen, mit ihnen zu trinken. Später war sie dann ziemlich voll mit einem sehr tätowierten Typen hinterm Haus gelandet. Das Ganze endete mit einer schnellen Nummer im Stehen, gleich neben dem Pflaumenbaum. Und einem fiesen Kater. Dani sah auf, als ein Anzugträger sich an einen der Tische setzte und sofort von einer nicht mehr ganz taufrischen Juma-Firmen taxiert wurde. Da war wohl jemand schneller. Zum Glück. Der Kerl versprach alles andere als Spaß. Er erinnerte Dani an diesen Handelsvertreter, der sich vor ein paar Monaten mal in eines ihrer Gästezimmer verirrt hatte. Als er so einsam vor seinem Bier und seiner Bulette gehockt hatte, hatte er Danis Mitleid erweckt. Sie hatte sich erst die traurige Geschichte seiner Scheidung angehört und ihm später einen nächtlichen Besuch abgestattet. Das eine war ungefähr so erbaulich wie das andere gewesen. Dani hatte daraus die Lehre gezogen, nie wieder Sex mit einem Mann zu haben, der noch deprimierter aussah, als sie sich fühlte. Sie ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. Wenn das so weiterging, würde keine von ihnen den Wunsch von der Liste abhaken können. Lou wäre sicher erleichtert, genau wie Kathi, bei der Dani von Anfang an vermutet hatte, dass sie die Sache nicht durchziehen würde. Egal wie abgebrüht sie immer tat. Eigentlich wollte sie doch bloß endlich den Mann finden, der ihr einen Ring an den Finger steckte. Auf den würde sie hier lange warten. Dani fühlte sich betrogen. Wo blieb der Spaß? Sie hatte sich ein Abenteuer versprochen, das sie zu dritt erleben würden. Naja, zumindest den Anfang davon. Ob Lou und Kathi die Sache wirklich durchziehen würden, war Dani eigentlich egal. Beiden wäre es zuzutrauen, dass sie sich aus der Affäre ziehen würden. Die Hauptsache war, dass sie jetzt und hier mit ihr in dieser Bar saßen. Denen Gefallen konnten sie ihr ruhig tun. Dani wurde langsam nervös. Nach allem, was sie an Zeit und Geld in diesen Abend investiert hatte, durfte die Aktion einfach kein Rohrkrepierer werden. Am Vortag in Köln-Ehrenfeld Dani stand schon seit über einer Viertelstunde an dieser Straßenecke. Dabei war sie absichtlich zehn Minuten zu spät gekommen. Manche Dinge änderten sich eben nie. Kathi brauchte schon immer ihren großen Auftritt. Dani vertrieb sich die Zeit damit, die vorbeigehenden Leute zu beobachten. Frauen, Männer, Kinder. Dabei interessierte sie sich besonders für die Frauen. Wie viele von denen hatten schon mal Sex für Geld gehabt? Und welche? Die hübsche mit dem Minirock und den hochhackigen Schuhen? Oder die unscheinbare mit der langweiligen Brille? Dani vermutete, dass eine Nutte selten aussah wie eine. Zumindest nicht, wenn sie am frühen Nachmittag auf der Einkaufsstraße in Ehrenfeld herumlief. Pretty woman walking down the street. Dani ertappte sich dabei, dass alle Passanten im Takt dieses Liedes an ihr vorbeiliefen. Sie musste grinsen. Eigentlich hatte sie sich diesen Wunsch nur ausgedacht, um Luz und Kates Gesichter zu sehen. Und um ihnen klarzumachen, dass sie nach ihrem Krebs-Outing keine Lust auf Mitleid und nicht versiegende Tränenflüsse hatte. Ihr Plan war aufgegangen. Vor Schreck hatte Lu für einen Moment aufgehört zu schluchzen. Und Kathi hatte sie ungläubig angesehen. Wir sollen was? Von dem Moment an hatte Dani gewusst, dass es kein Zurück gab. Kathi Kate Moser zu schockieren, war einfach zu verlockend. Wo die doch im coolen Manhattan so ziemlich alles gesehen hatte, was es auf der Welt zu sehen gab. Darf ich dich daran erinnern, dass du damals diesen Wunsch auf die Liste geschrieben hast? Dani wusste es noch ganz genau. Kathi hatte vor 20 Jahren mit verschmierter Wimperntusche und unter heftigen Verwünschungen darauf bestanden, dass einmal Call-Girl sein aufgenommen wurde. Zurück in der Hotelbar. Einen Manhattan. Immer noch. Kates pinke Nägel schnippten dem Barkeeper ins Gesicht. Aber der glotzte weiter in Kates Corsage und polierte nur das Glas in seiner Hand einen Tick schneller. Jetzt allerdings deutlich unter der Gürtellinie. Charmant. Kate kratzte sich die Nase mit dem Mittelfinger. Diese Kack-Liste. Einmal Call-Girl sein. Den Wunsch hatte Kate damals doch nur draufgeschrieben, weil ihre Mutter ihr Hochzeitsalbum zerrissen hatte. Streng genommen hatte Kate jeden Wunsch auf die Liste geschrieben, weil ihre Mutter ihr Hochzeitsalbum zerrissen hatte. Noch in derselben Nacht war die Liste überhaupt erst entstanden. Eine schwarze Nacht war das gewesen. Für jede von ihnen. Kate sah zu Lou, die sich am Ende des Tresens ihre Kurzhaarperücke tiefer in die Stirn zog. In jener Nacht, in der die Liste entstanden war, hatte genau da ein Pflaster geklebt. Weil Lou wieder einmal für Harmonie hatte sorgen wollen, statt einfach in Deckung zu gehen, als ihre Mutter mit Kristallgläsern nach ihrem Vater geworfen hatte. Am anderen Ende des Tresens trompetete Danny gerade in eine Serviette. Typisch. Nie Taschentücher dabei, nicht mal als Mutter. Kate sah auf einmal vor sich, wie Danny in jener Nacht ihre Rotzfinger in ihren Lederminny gekrallt hatte. Heulend. Ihre Mutter hatte ihr geschrieben, dass sie unmöglich nach neuen Kirchen zurückkommen konnte, weil sie unbedingt in Florida bleiben musste, bei einem Bingo-Millionär. Bestechende Logik. Kate meinte sich zu erinnern, dass Lou damals irgendwas von einer besonderen Sternenkonstellation gefaselt hatte. Die Mütter quält eure Töchtersternen-Konstellation. Oder hatten sie einfach alle nur ein mieses Horoskop gehabt? Egal. Kate hatte jedenfalls seit dieser Nacht kein Hochzeitsalbum mehr. Weil ihre Mutter in ihr Zimmer gekommen war, als sie gerade diese Liebesgeschichte schrieb. Im Bett. Ja. Alle guten Geschichten wurden im Bett geschrieben. Damals mit 16 wusste Kate das zwar noch nicht, aber das Argument hätte Kates Mutter sowieso nicht überzeugt. Für die wurde Fiktion nämlich mit CK geschrieben, um es vornehm auszudrücken. Ihre Mutter war damals weniger vornehm gewesen. Fiktiv? Aha. Als nächstes erzählst du mir, du wirst eine große Schriftstellerin. Dabei bist du ein Flittchen. Wie du rumläufst. Wie eine Großstadtnutte. Am Vortag in Köln-Ehrenfeld. Jetzt war sie schon fast eine halbe Stunde zu spät. Dani überlegte einfach zu gehen. Die reine Freude würde das Shopping mit Kathi sowieso nicht werden. Dafür war die in solchen Dingen viel zu besserwisserisch. Wenn du immer noch solche ausgeleierten Liebestütter trägst wie früher, musst du deinem Freier noch was draufzahlen. Dani konnte nicht leugnen, dass Kathi mit ihrer unverschämten Art mal wieder ins Schwarze getroffen hatte. Und hatte sich einverstanden erklärt, sich diesen total angesagten Dessous-Laden wenigstens mal anzusehen. Nur für Kölner Verhältnisse angesagt, wie Kate natürlich sofort betont hatte. Das konnte ja was werden. Aber sogar ein Shopping-Nachmittag mit Miss Moser war besser, als zu Hause zu sitzen und wegen der anstehenden Chemo Panikattacken zu kriegen. Allein der Gedanke daran sorgte dafür, dass ihr Puls sich beschleunigte. Dani atmete tief durch. Zumindest hatte sie Robby zurückgeholt, sodass die Zwillinge und die Waldesruhe versorgt waren. Wenn der wüsste, was sie da gerade plante. Wobei sie nicht sicher war, ob es ihn überhaupt interessieren würde. Dani hatte sich nach ihrer Autoscooter-Reise in die Vergangenheit bei der Vorstellung ertappt, wie es wäre, wenn sie und Robby daran anknüpfen würden, was sie mal hatten. Allerdings dachte sie dabei weniger an die endlosen Streitigkeiten als an den unweigerlich folgenden Versöhnungssex. Sie hatten vielleicht sonst nicht allzu viel gemeinsam, aber auf dieser Ebene waren sie ein richtig gutes Team. Und wenn sie ihn so ansah? Seinem Aussehen hatte die Zeit hinter Gittern zumindest nicht geschadet. Im Gegenteil. Also hatte Dani mehr oder weniger subtile Signale ausgesendet. Eine kleine Berührung beim Abwaschen hier, eine geöffnete Schlafzimmertür dort. Aber offensichtlich wollte er ihre Signale einfach nicht verstehen. Dani empfand das als Beleidigung. Dass sie noch nicht mal einen frisch entlassenen Knacki rumkriegen konnte, hieß doch, dass wirklich der Lack ab war. Oder lag es an ihrer Krankheit? Brustkrebs. Sie konnte sich schon vorstellen, dass das einem Mann mächtig Angst einjagen konnte. Allerdings war sie sich ziemlich sicher, dass der Robby von früher nicht so zart beseitet gewesen wäre. Aber der hätte auch nie im Leben Pflaumenmus eingekocht. Dann ist auch nicht auf. 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 Vielen Dank.